Guten Tag. Guten Tag. Herzlich Willkommen zum Certificate B1. Mein Name ist Elnaros Raphael und das ist meine Kollegin Meenakshi. Guten Tag. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Annake Lijo. Ich komme aus Kerla. Ich wohne in Trichur. Und Sie? Ich heiße Alina. Ich komme aus Kerla und ich wohne in Idiki. Ja. Beginnen wir jetzt mit dem Modul sprechen. Diese Prüfung hat drei Teile. Wir beginnen mit Teil 1. Das Thema von Diskussion heißt Abschiedsparty Organisieren. Beginnen Sie bitte. Ja. Guten Tag. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke und dir. Mir geht es auch gut. Unser Deutschkurs ist nächste Woche zu Ende. Wie wäre es mit einer Abschiedsparty? Der Vorschlag gefällt mir. Ich mache gerne mit. Hast du eine Idee? Wann kann ich mir machen? Kann ich mir am Samstagsparty machen?